So, Random Hero Time. Es geht weiter. Was bekomme ich denn schon? Diesmal lasse ich mich überraschen. Ich glaube auch nicht schon wieder ein Tank. Herrgottchen nochmal. Sieht für mich noch ein Tank aus, oder? Wieder Artanis. Sonja! Ach du Scheiße. Die gute Sonja. Die gute Sonja. Kerrigan, Sonja. Und das ging hier schon an Artanis. Kleiner Türreihe. Ach du... Kriegst die Tür nicht zu. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, komplett auf Death spielen. Blocken. Das wird lustig. Oder komplett auf Heal. Mal gucken wie ich das mache. Das wird auf jeden Fall sehr sehr lustig. Die gute Sonja. Die gute Sonja. Oh Mist, hab ich gleich ein bisschen gepennt. Die Hotanis ist schon mal drauf gegangen. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Türreihe könnte ich auch mal wieder spielen. So hätten ich es schon länger nicht mal gespielt habe. So fahren wir mal schnell zum Brunneneiern. Ich hab die Warners erwischt. Ah shit, ich kann leider nicht mal viel machen. Oh, okay. Okay, das war mal richtig knapp. Ähm, was nehme ich denn jetzt? Marokkan spielen. Okay, die erste Runde verkacken wir mal. Oh, okay. 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 Okay, das ist auf die Räu. Nein! Nein! Ah, scheiße. Guter Huck. Guter Huck. Guter Huck. Fade. Ich hab mir ein bisschen... Das ist nochmal noch so ein bisschen, was ich auch... Oh! Das war bitter. Oh! 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 Na gut. Was nehmen wir denn? Sprungoffensive finde ich immer ganz cool. Nämlich auch mal. Um Lunara... Um Lunara aus dem Spiel zu nehmen. Oh! Oh! Trater! Ok, haben wir jetzt auch den Ulti Möge ich mal wieder zum Brunnen eiern Jetzt wird es langsam etwas schwieriger Mit Sprung Offensive könnte ich zumindest versuchen auch raus zu maxen Nein! Nein! Daneben! Nein! Daneben! Daneben! Nein! Daneben gesprungen! Wie groß ist denn die Range? Obwohl, ich weiß nicht, hätte ich sie getroffen Musste schnell gehen, weil sie schon auf dem Rückweg war Fuck! See! Shit! Ah, das war's dann wohl für Jaina Nein! Die kommt echt noch weg! Nein! Wieso maubest du denn auf? Verflugt! Lauf doch einfach! Oh, ist das bitter! Die wäre so locker weggekommen, wenn die einfach nur weitergelaufen wäre! Der hätte die nie gekriegt! Ach, wie bitter! Schade! Das ist doch ein bisschen anders Hinschuldigung, damit sie es anhaben wird! Ja! Also bei Sonya würde ich gerne noch den, die hat richtig geile Skins, war inzwischen hatte ich auch mal einer meiner Top-Favoriten auf den, ich sollte mal wirklich so eine Kategorie einführen, mein Held des Monats, das war doch mal was, was hat ihr denn davon? Nein, der tötet mich jetzt nicht. Ich geh mal nochmal zurück. Zauberschild, bla bla bla. Zauberschild. Die Heilung vom Wirbelwind wäre auch nicht verkehrt. Aber im Zweifel dann doch wieder das Zauberschild. Ey Leute? Vielleicht mal nochmal wie Sack. Okay, da können wir jetzt nicht reingehen. Geh nicht! Geh da! Geh da! Nein Nein! Greedy! Oh nein! Nein! Hohohohohoho! Das war aber verdammt eng! Uiuiuiuiui Ich war ein bisschen greedy gewesen gerade. Ich muss aber ein bisschen hochhalten. Was macht der denn da? Ja Wollen wir mal anhalten hier? Nimm die Dinger! Gut, dass die Orbs da gerade gefallen sind bei den Schaden. Bewegungsgeschwindigkeit spielen, um schnell wegzukommen. Oh, der will mich wieder rucken. Was ist denn los auch? Oh! Oh! Lacker! What the fuck! Richtig lacker gehabt gerade. Ah, zwei Sekunden, dann hole ich mir den Brunnen eben noch. Da sind wir mit mir in einmal. Da sind wir mit mir in einmal. Oben. Oh fuck, gar nicht gesehen. Okay, der ist weg. Okay, der ist weg. Fuck! Ich hätte Tyrael mir holen müssen. Fuck! Ich hätte Tyrael hinterherlaufen sollen. Da habe ich Stitch natürlich genau in die Karten gespielt, dass ich ihn dann wieder hochgehalten habe. Ich habe ihn zwar noch bekommen, aber ich hätte beide haben müssen. Den Ulti vielleicht zu früh gesetzt sogar. Obwohl Lunara zu bekommen war gar nicht so schlecht. Ah, zweimal gestorben. Ah, es tut mir schon mehr in der Seele weh. Mal gucken, ob die 20 Sekunden durchhalten. Ah, ganz knapp daneben. Ah, die kriegen sie doch jetzt. Hier, die töten wir wohl. Ah, ist auch drauf gegangen. Oh nein, ich brauche noch so lange, bis ich wieder da bin. Oh nein, ich brauche noch so lange, bis ich wieder da bin. Oh nein, ich brauche noch so lange, bis ich wieder da bin. Das ärgert mich so. Ich hätte beide, ich hätte zuerst Tyrael angreifen sollen, weil er nämlich schon fast tot war. Ah, das ärgert mich. Das war ein doofer Fehler. Hätte ich sie beide bekommen. Das waren eigentlich zwei sichere Kills. Also habe ich nur den fetten Stitches bekommen. Da kommen die nicht raus gegen... Die Skillung brauchst du zum Beispiel nicht gegen... Das war ja eine super Idee. Da ist Tyrael. Sie ist schon kommen, dass die drauf geht. Sie ist schon kommen. Ich mach schnell hin da, dann holen wir uns das. Obwohl, ne. Die sind schon da. Die sind schon da. Hicismaby! Sie haben jetzt nicht mehr gestorben! Niiiiiine! Neiin! Lauf! Los! Ja? Oh, Sauber! Sehr schön gemacht. Ohhhh! Das regt mich auf! Das regt mich auf! Damage-mäßig könnte ich da auch noch ein bisschen zulegen. Ich habe jetzt nicht auf Teufel komm rauf auf Damage gespielt, äh, Damage gespielt. Beim 20er Nexus-Kling wäre auch nicht verkehrt gewesen. Oh noooos, oh noooos, oh noooos, oh noooos. Warte, komm mal weg. Klicker. Okay. Da unten haben wir es noch hinbekommen, sehr schön. Sonja kann echt cooler Held werden. Und zusammenschwimmen mit dem zweiten Tank, supergut. Allein als Tank ist es ein bisschen schwierig. Da kann ich jetzt nicht so viel Damage aufbauen, wie ich das gerne hätte. Warte mal auf Steam. Nicht zu... Ich brauche Wut. Ich brauche Wut. Okay. Nicht so schön. Ah, der Uti hat wieder gesessen. Hat mich wenigstens rausgeholt und die waren eingesperrt. War gar nicht so schlecht, die Kombo, die er davor hatte. Ähm, die Kombo von Atames. Oh oh. Oh oh. Ja, ich hab schon gesehen. So wie die Sau da ist. Ah, schade. Whisky? Whisky? Loll. Loll. Atomisiert. Haben wir sie da gerade. Oh. Von hinten. Tschüss. Tschüss. Das war gut für uns. Was. Okay. Jetzt sterbt er nur nicht. Ist ja sehr bitter. Ah! Fuck! Ey, der volle Lebensbogen gehabt, hätte ich sie beide, hätte ich sie selbst erwischt den anderen hier. Wer hat da überlebt? Lunara, ne, Thürer hier fast. Ah, fuck, see, shit. Ah, Sonja macht Spaß, auch wenn man ein paar Mal drauf geht, aber das war es mir wert, die beiden da mitzuholen mit dem Multi. Das war okay. Kerrigan und ich hatten eh nur noch wenig Lebensbogen. Er kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, ganz klar. Aber wir wollten, die wollten jetzt alle partout nicht hin und die waren wirklich beide sehr, sehr verlockend. Athanis und Nassibu waren beide fast tot. Deswegen hat es sich echt gelohnt, einzutauschen, obwohl es jetzt endlich dann doch ein 2-2 war. Also so geil war das gar nicht, der Tausch. Was macht denn Tyrael da? What the fuck macht denn Tyrael? Okay, der lässt das alles ist dann mal. Ich glaube, wir haben gewonnen. What the fuck? Okay, der hat, der hat die schnaufe Fall. Ja, oder weniger. Tschüss. Der geht feeden. Die haben da hinten alle Hände voll zu tun, deswegen können wir uns hier mal in Ruhe die Scheiße holen. Okay, mutige Lunara, auch am Tiefen. Ich glaube, die haben jetzt schon aufgegeben. die sind hier, ja, die haben... Ah. Wohl. Alter, keine mehr. Ah. Oh, ist das bitter. oi, 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 oi. Bitter! Das haben wir wieder ein cooles Spiel. Sehr dominant. Gucken wir mal die Partie in die Statistik rein. 47.000. Aber da geht natürlich deutlich mehr mit so ein. Ja, aber ich musste mit den drei Tanks etwas improvisieren. Ich hätte auch komplett auf Damage gehen können. Aber da hätten die mich, glaube ich, zerhackt mit Lunara zusammen. Deswegen war die Skillung der Blade gar nicht mal so verkehrt. Ähm, mit Kerrigan und Liming hatten wir ordentlich Damage parat. Ähm, ja, ich glaube, das kann man mal so machen. Ähm, waren ein paar gute Ultis dabei. War aber auch eine schlechte, eine sehr schlechte Situation dabei. Hätte ich Tyrell vorher angegriffen. Da hätte ich den, äh, Stitch wahrscheinlich, äh, auch noch bekommen. Also schlecht sah das gar nicht aus. Na gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Dann haben wir sogar mal ein Random Hero Match gewonnen. Wer hätte das gedacht? Ähm, und dann sehen wir uns zur Sonntagsfolge mit, na, ja, mit einem Specialist. Mal schauen, wer es sein wird. Also, bis dahin. Ciao.